Unglaubliches Leid haben tausende Jesidinnen und Jesiden im Irak erlebt. Vergewaltigung, Folter, Tod, ein Völkermord. Das weltweit erste Strafverfahren im Zusammenhang mit diesem Genozid ist jetzt am Oberlandesgericht München zu Ende gegangen. Es geht um einen einzelnen Fall, bei dem eine Angeklagte aus Deutschland den Tod eines Mädchens nicht verhinderte. Die Frau wurde nun zu zehn Jahren Haft verurteilt. Jennifer W. vor der Urteilsverkündung in München. Die deutsche Staatsbürgerin war 2014 in den Irak gereist, um sich dem sogenannten Islamischen Staat anzuschließen und einen der Kämpfer zu heiraten. Hier in Fallujah lebte das Paar und hielt sich eine Jesidin und deren kleine Tochter als Sklavinnen. Der IS-Kämpfer soll das Kind bei glühender Hitze in praller Sonne festgebunden haben. Es verdurstete. Die Mutter hatte vor Gericht ausgesagt, dass sie mit ansehen musste, wie ihre Tochter starb. Wissen Sie, ich glaube, für eine Mutter, die ihr Kind verloren hat, da gibt es keine Strafe, die hoch genug sein kann. Und genau so empfindet das unsere Mandantin auch. Für sie war es einfach wichtig, und das hatte sie auch während der Verhandlungen gesagt, sie möchte, dass die Welt weiß, wer dafür verantwortlich ist. Und eine solche Entscheidung hat sie heute bekommen. Das Gericht befand die Angeklagte unter anderem wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit für schuldig. Sie habe dem Kind in seiner ausweglosen Situation nicht geholfen, obwohl sie das gekonnt hätte. Und für mich ist vor allem entscheidend, dass eine Tat, von der niemand mehr geglaubt hat, dass sie noch aufgeklärt wird, heute in einem strafrechtlichen Verfahren aufgeklärt wurde. Die Angeklagte wurde schuldig gesprochen für den Tod eines Kindes in einem fernen Bürgerkriegsland vor vielen Jahren. Und das ist für mich das Entscheidende. Die Signalwirkung geht von diesem Urteil sicherlich auch insoweit aus, als hier ein bestimmtes Strafmaß, nämlich ein Strafmaß verhängt worden ist, das doch ein deutliches Zeichen auch setzt. Auch der Ex-Mann, der heute verurteilten, steht vor Gericht. Sein Prozess läuft noch. Er muss sich wegen Völkermordes und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantworten. Über Verbrechen gegen Jesidinnen und Jesiden berichtet die Journalistin Düsentekal regelmäßig. Sie hat den Gerichtsprozess auch verfolgt. Hallo. Hallo. Was sagen Sie zu diesem Urteil? Dieses Urteil ist mit großer Spannung erwartet worden, insbesondere von der jesidischen Community. In Deutschland lebt die größte mit 200.000. Aber auch weltweit haben alle Jesiden heute nach München geguckt, weil dieses Urteil auch ein Stück Gerechtigkeit bedeutet für all die unerzählten Gräueltaten und Geschichten vieler Jesiden, die in der Jes-Gefangenschaft waren. Ich vermag mir nicht zum Ausdruck zu bringen, dieses Urteil zu empfinden als gerecht oder ungerecht. Das machen die Gerichte. Ich kann nur sagen, dass es für die Opfer keine Gerechtigkeit gibt in dem Sinne, denn viele von ihnen haben lebenslänglich, weil sie Eltern, Kinder, Väter verloren haben. Und dass dieser Fall von einem deutschen Gericht verhandelt worden ist, ist ein Präzedenzfall. Das ist weltweit das erste Mal gewesen, dass es zu einem Gerichtsurteil kam wegen Genozid an der Religionsgemeinschaft der Jesiden. Und ich bin dankbar, dass das in Deutschland passiert ist. Und ich war beim ersten Prozestag dabei. Und wenn man dabei ist, wie die Anklageschrift verlesen wird und wenn beschrieben wird, wie die kleine Ranja um ihr Leben gefürchtet hat und dass sie angekettet wurde in sengender Hitze, weil sie zu wild war und sich nicht tief genug gebückt hat zum Beten, dann werden die Gräueltaten, glaube ich, sehr, sehr sichtbar. Und ich finde es auch aus einem anderen Aspekt sehr wichtig, dass dieses Urteil heute gesprochen worden ist, weil die mehr vom unschuldigen Opfer, von der nicht wissenden Frau, damit mit Jennifer W. eigentlich das Gegenteil zeigt. Und das sind genau die Erfahrungswerte, die wir auch gemacht haben als Menschenrechtsorganisation. Und die Erzählungen, die wir bekommen haben von IS-Überlebenden, dass die Frauen teilweise ein perfider Teil dieses Systems waren und dass sie brutal waren und dass sie Teil der Sittenpolizei waren. Und auch im Fall von Jennifer W. war es ja so, dass sie an der Waffe ausgebildet worden ist, dass sie eine Kalaschnikow getragen hat. Und die Grundsatzfrage, die sich ja immer stellt, ist, wer ist schuld an einem Völkermord? Diejenigen, die ihn begehen oder diejenigen, die ihn nicht verhindern? Und bei Jennifer W. geht es ja noch weiter. Sie hat ihn nicht nur nicht verhindert, sondern sie hat dem Kind ja auch gedroht, es umzubringen, wenn es nicht still ist. Und ich finde es ganz wichtig, dass so ein Urteil von einem deutschen Gericht verlesen wird. Weil es die Stimme der Jesiden hörbar macht. Noch kurz, welche Erwartungen haben Sie mit Blick auf weitere Strafverfahren? Wir hoffen, dass sozusagen die Tatsache, dass dieses Völkermordsverbrechen auf deutschem Boden jetzt verhandelt worden ist, unter dem Aspekt der Weltgerichtsbarkeit, no safe haven for perpetrators, dass wir weltweit die Möglichkeit haben, Völkermörder und Völkermörderinnen hinter Schloss und Riegel zu bringen, dass das auch ein Ansporn sein kann für die ganzen anderen unaufgeklärten Fälle. Es gibt beispielsweise eine Gruppe der Vereinten Nationen, die im Irak 1.444 Aussagen von IS-Anhängern hat. Und das ist eine Auflage auch für ein Straftribunal, für einen internationalen Strafgerichtshof. Das ist das, was die Angehörigen sich wünschen. Sie sagen, wir möchten gar nicht, dass die Täter und Täterinnen geköpft werden, wie das teilweise in Irak passiert ist. Wir wollen juristische Gerechtigkeit und wir wollen, dass die Welt erfährt, was mit uns passiert ist. Und die sagt, das IS geht ja jetzt erst richtig auf. Die Kinder, die aus der Vergewaltigung entstanden sind, das Sorgerecht haben die IS-Väter, nicht die Mütter. Das muss man sich mal vorstellen. Ich danke für die Einschilderung und auch für Ihre Position, diesen Ticker. Danke schön. Danke schön.